Mingalaba und ein herzliches Hallo, liebe Sonne-Community. Ich sende liebe Grüße hier aus Yangon, Myanmar, wo ich ja seit März für Sonne unterwegs bin. Ja, ein turbulentes, ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu, natürlich auch speziell bezogen auf die Corona-Krise, welche die Menschen hier vor Ort speziell in wirtschaftlicher Hinsicht stark trifft. Wir betreuen ja Menschen, die in den Slums wohnen und die leben ohnehin schon unterhalb der Armutsgrenze und kämpfen auch unter normalen Umständen täglich ums Überleben. Wir haben ja dieses Jahr bereits zwei Verteilaktionen realisieren können, wo wir unsere Familien mit Nahrungsmittel- und Hygieneartikeln unterstützt haben. Jetzt ist es aber mein Ziel vor Jahresende, noch eine dritte Verteilaktion zu starten und hierfür brauche ich bitte eure Hilfe. Wir wollen unsere Familien abermals mit Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln unterstützen, denn wenn sie schon kein richtiges Weihnachtsfest feiern können, dann ist es mir einfach ein Bedürfnis, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, wie sie ihre Familien ernähren. So würde ich euch wirklich bitten, dass ihr mich bei meinem Vorhaben unterstützt, damit wir gemeinsam ein kleines Weihnachtswunder wahr werden lassen können. Ich möchte mich schon mal vorab ganz herzlich für euren Beitrag und eure Unterstützung bedanken und sende ganz, ganz liebe Grüße in die Heimat. Ich wünsche eine gesegnete Advent- und Weihnachtszeit und einen besinnlichen Jahresausklang. Alles Liebe, bye bye!